. 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 Biceps! 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 Keep those fingers tight, guys. Watch the fingers. Biceps! Alright. The O Stay! Welcome back! . . Applaus Ja, 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 ja! Das war's für heute. Ja, 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 ja. Ladies and gentlemen, your winner of Anonymous Decision, Kjell E. Brunner!